Eine Lieblingshose oder ein Lieblingsoberteil, das ist eine Art Lebensgefühl. Das klingt total banal, aber du kaufst im Prinzip auch ein bisschen Lebensgefühl. Der Name Home of Blues ist mir eigentlich so ein bisschen in der Dusche eingefallen, weil ich schon immer Blues-Liebhaber bin und Jeans, Denim sehr, sehr gerne mag. Das war dann einfach so dieses Wortspiel. Dazu kam natürlich nochmal das Wort Home im Namen, war mir einfach sehr wichtig. Man soll sich hier heimig fühlen. Wir führen verschiedene Marken, bei denen es mir persönlich immer sehr stark um Qualität und Nachhaltigkeit geht. Im Schuhbereich ist es Veja, Red Wing Boots, Franz Gustav. Im September kriegen wir noch Bluntstone, Chelsea Boots rein. Klamotten, Moody Jeans, Deos, Merz B. Schwanen, Indigo Ferrer, Bleu Duchenne, Hansen. Im September kommt noch Hannes Röther dazu, aus München, auch in Deutschland alles hergestellt. Kommt noch Scardilab dazu, italienische Marke, sehr, sehr schön. Und Barracuta kommt im Juli noch rein. Ich gehe mit sehr viel Bauchgefühl und mit sehr viel Herzgefühl da dran. Jede Firma, jedes Produkt, was ich hier im Laden habe, stehe ich zu 100% dahinter. Für mich steht immer ganz weit vorne, dass die Lieferketten sowohl der Hersteller als auch der Bauer, als auch ich im Endeffekt erst verkauft, dass für jeden was hängen bleibt. Und das finde ich cool. Ich bin einfach nur mega dankbar für das erste Jahr und so wie es läuft und mega dankbar für euch. Kunden werden zu Freunde und Freunde sind Kunden und das ist einfach was super, super Schönes. Alright. Wirießen auf den Kopf. Komm dir- klimcha cause Kontakt.